Willkommen bei der SPB-Familie. Ich kümmere mich um die Spiele, ich kümmere mich um die Entwicklung. Was habe ich kennengelernt? Ich habe sehr viele Berater kennengelernt, sehr viele Berater gesehen, getroffen. Was haben sie mir erzählt? Das Blaue vom Himmel. Leider, wenn es davon kam, war es dann nicht immer so, wie sie es mir erzählt haben. Wo ist unser Fokus? Unser Fokus ist wirklich da, dass wir Spieler ehrlich beraten wollen, beraten wollen aus Expertise, aus Fussball-Karriere, 16 Jahre Profikarriere mit Stationen in Basel, Dortmund, Liverpool, Stuttgart, wieder Basel. Ich habe viel gesehen, viele Menschen getroffen. Ich komme aus dem Netzwerk, ich habe viele Karrieren gesehen, die meiner Meinung nach nicht in die richtige Richtung gegangen sind. Für uns ist entscheidend, dass wir den Weg wählen in der Entwicklung, der Entwicklung sportlich und nicht finanziell. Finanziell kommt danach. Die meisten Berater, die auf der Tribüne sitzen, die helfe ich einem Jungen, der da unten auf dem Spielfeld sitzt. Es ist immer einfach darüber zu sprechen, wenn man das nie selber erlebt hat. Das ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, weil Dinge, die heute auf den Fussballer kommen, der Druck, den ein Fussball aushalten muss, sind enorm. Für mich ist wichtig, dass ich auf Augenhöhe sprechen kann, Augenhöhe mit den Spielern, Augenhöhe mit den Sportdirektoren, Augenhöhe mit den Präsidenten. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich etwas verstehe, dann ist es Fussball. Das Zweite, was für mich wichtig ist, ich kann mich in den Fussballer reinversetzen. Ich kann den Spielern wirklich Dinge mitgeben, Werkzeuge mitgeben, die er benutzen kann, die ihnen dann sehr helfen. Was für mich das Entscheidende ist, dass wir ein Team sind. Wichtig ist, dass wir gemeinsam den Fokus haben, immer oben ans Leben. Du kümmerst dich und das auf den Platz und wir um den Rest.